Mia, 8 Jahre alt. Lina, 10 Jahre alt. John, 9 Jahre alt. Mama Lia, 28 Jahre alt. Papa Leon, 31 Jahre alt. Bella, 5 Jahre alt. Jojo, 3 Jahre alt. Mila, 6 Jahre alt. Familie Stein. Schatz, ich komme mal für die Kinder. Ja, die müssen gleich von der Schule kommen. Hi Mama, wir sind da. Essen liegt bei euch im Zimmer und bei dir im Wohnzimmer. Erstmal ran, sind dahin. Wir haben ja jetzt Ferien. Lecker Tomatensusse mit Nudeln. Mein Lieblingsessen. Lecker Tomatensusse mit Nudeln. Mein Lieblingsessen. Lecker Tomatensusse mit Nudeln. Schatz, macht Butchers Fernseher aus, während sie isst. Hey Mama, hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hey Mama. Wenn ihr den Papa lieb fragt, dürft ihr Kass Schule, Köln 56, 57 und Berlin Tag und Nacht noch gucken. Und vielleicht geht ihr ja um 8 Uhr mit euch bis halb neun oder neun Uhr raus. Papa, dürft ihr mir Kass Schule, Köln 56, 57 und Berlin Tag und Nacht gucken? Ja, dürft ihr. Danach wollte ich mit euch auf den Spielplatz bis neun und halb neun. Ja, haben wir uns auch schon gefragt. Ja, klar. 8 Uhr. Heute war es alles cool. Kinder, kommen wir auf den Spielplatz? Ja. Das ist cool, aber wir haben jetzt 10, äh 9 Uhr. Wir gehen jetzt nach Hause, okay? Zeht euch bitte rum. Ja, 1, 2 und 3. Los! Ich zue mich auch um. 1, 2, 3. So, ich bin umgezogen. Das ist schön. Ja. Ist das. Jetzt haben wir uns angeflaschtet. 1, 2, 3. Zieh mich auch um. Mach das. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir 10 Uhr und er geht bitte schlafen. Machen wir. Schatz, weil ich dir noch nicht erzählt habe. Ja, Mama. Deine Freundin hat eigentlich angerufen. Du darfst morgens 11 Uhr zu ihr. Die holt dich um 11 Uhr ab. Ich soll sie gleich nochmal anrufen. Ob du ja oder nein gesagt hast. Willst du von 11 bis 9? Ja, will ich auf jeden Fall. Darf ich jetzt bei mir schlafen? Ja. Ja, darf sie. Ich will doch bei mir schlafen. Mach das. Gute Nacht. Gute Nacht, Bautzi. Mau, Mau. Kuss. Mua. Kuss. Mua. Kuss. Mua. Kuss. Kuss von Papi. Mua. Kuss von Papi. Mua. Kuss von Papi. Mua. Gib dem Hund noch schnell essen. Komm Schatz, wir gehen aufschlafen. Wir haben schon 12 Uhr. Fast halb 12. Ja, komm. So. Licht. Aus. So. Das war's. Und beim nächsten Mal kommt noch ein Tag raus. Das war Familie Stein. Tschö. Tschö.